So Leute, jetzt zu den Autolautsprechern hier. Made in Belgium. Ich habe keine Ahnung von welchem Auto die Teile sind. Aber es ist wahrscheinlich 80er, 90er Jahre, vielleicht sogar 70er Jahre. Hier kann man abmachen, man muss einfach nur die rausdrehen. Ist aber auch gar nicht so einfach zu drehen. Also die Teile sind echt laut. Also gerade 5 Zentimeter Abstand. Alter. Ha! Der Bass ist jetzt nicht viel vorhanden, aber Mitten und Höhen sind ordentlich laut. Also tschüss bis zum nächsten Video.